Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt weitere Informationen zum neuen Zombies-Map Burgertown, die mit dem nächsten DLC zu Call of Duty Advanced Warfare dazukommt. Und zwar hat die offizielle Twitter-Seite von COD einige Hinweise gepostet. Da sind Videos dabei, es gibt einige Bilder, eine Audiodatei und jede Menge Texte. Und die ganzen Texte, die ganzen Tweets sind aus der Sicht eines Angestellten bei Burgertown geschrieben, der eben mitbekommt, dass die ganzen Zombies kommen. Und ich würde sagen, wir gehen die ganzen Tweets einfach mal durch. Im ersten Tweet steht, sieht so aus, als gehe ich so schnell nicht mehr zurück zur Arbeit. Dazu sieht man dann dieses Bild von Burgertown. Und ja, Burgertown ist aus MW2. Das heißt, das ist vielleicht so eine kleine Hommage an MW2, kann man vielleicht sagen. Eine ganz nette Sache auf jeden Fall. Und wenn man hier auf diesem Bild auf der rechten Seite mal hinschaut, dann sieht man, dass da so ein kleines Loch ist und da geht es runter zur Kanalisation. Das heißt, diese Map hat zwei Ebenen, kann man sagen. Man kann eben oben spielen und man kann anscheinend auch runter in die Kanalisation. Im zweiten Tweet steht dann einfach nur Hilfe und es ist ein neuer Zombie zu sehen. Das ist nicht der erste Tripper-Zombie, wie ich zuerst gedacht hatte im letzten Video zum Zombie-Modus, sondern das ist irgendein anderer Zombie. Den Namen haben wir dazu leider noch nicht. Und ich bin gespannt, was dieser Zombie so macht, was der kann. Denn ich bin mir sicher, diese ganzen Stacheln, die der hat, die haben schon irgendwas zu bedeuten, auch wenn wir bis jetzt noch nicht wissen, was genau das sein kann. Im dritten Tweet steht dann, nichts wie raus hier. Jetzt. Und man sieht wieder einen neuen Zombie und das scheint jetzt der Acid-Tripper zu sein. Man sieht auch wirklich, dass da überall dieses Giftzeug rauskommt. Der Zombie scheint irgendwie sich aufzulösen. Ist auf jeden Fall relativ eklig. Und es könnte sein, dass das vielleicht die neuen Elektro-Zombies sind. Das ist jetzt nur eine Idee von mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine Elektro-Zombies mehr gibt, die eben das Exoskelett ausschalten. Sondern vielleicht gibt es jetzt diese Acid-Tripper-Zombies, die dann direkt die Person im Exoskelett irgendwie lahmlegt. Und die dann eben dafür sorgt, dass man vielleicht nicht mehr wirklich springen kann. Und die eben die ganze Sache ein bisschen schwerer macht. Im vierten Tweet steht dann, es ist viel größer hier unten als ich dachte. Und dunkler. Und gruseliger. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und man sieht hier das erste Bild unter der Map. Das erste Bild der Kanalisation. Sieht ganz interessant aus auf jeden Fall. Man kann anscheinend auch runter in das Wasser. Denn dort ist zwar eine Brücke drüber. Allerdings gibt es auch eine Leiter, dass man wieder hochkommt. Das heißt, anscheinend kann man da unten auch irgendwie entlanglaufen. Ich bin gespannt, wie das alles da unten aussieht. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee, auch mal unten in der Kanalisation zu spielen. Im nächsten Tweet steht dann, okay, es ist viel zu verrückt in der Kanalisation. Und warum ist hier das ganze Atlas-Zeug? War das schon immer hier? Und man sieht eben einen weiteren Bereich der Map. Sehr viel kann man nicht erkennen. Allerdings scheint hier unten eine Desinfizierungsanlage zu sein. Auch wenn ich nicht wirklich sehe, wo man das Ding anschaltet. Auf der ersten Map auf Outbreak war ja gleich dahinter dieser Kasten oder dieses Control Panel mit den ganzen Knöpfen und so weiter. Das scheint hier zu fehlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier etwas komplizierter wird, sich zu desinfizieren. Das heißt, vielleicht muss man in irgendeinem anderen Raum dort diese Anlage anschalten und hat dann eine bestimmte Zeit, eben dort zu dieser Platte hinzukommen. Das heißt, das könnte die ganze Sache auf jeden Fall etwas schwerer gestalten. Im nächsten Tweet steht dann, was zum Teufel ist das? Und man sieht dieses Bild hier. Das ist anscheinend diese neue Waffe, die Magnetron Microwave-Waffe. Wie genau das Ding schießt, wie das aussieht, wenn es gefeuert wird, ist noch nicht klar. Ich denke, auch bei dieser Waffe fängt irgendwie was an zu leuchten oder irgendwas in diese Richtung, so wie man es eben bei dieser Cell 3 Shotgun auch schon hat. Sieht recht interessant aus. Sehr viel sieht man allerdings auf der anderen Seite auch noch nicht von dieser Waffe. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie gut das Ding sein wird. Im nächsten Tweet steht dann, gute Neuigkeiten, die Verstärkung ist hier. Schlechte Neuigkeiten, die Verstärkung ist nicht da, um uns zu helfen. Und was man hier sieht, ist eben so ein Goliath-Zombie, der ganz schön heftig aussieht. Da bin ich auch mal gespannt, wie oft die kommen. Ich denke nicht wirklich, dass man jede Runde so einen Goliath-Zombie hat. Das wäre wirklich ein bisschen zu heftig. Ich denke wirklich, dass es irgendwelche Boss-Zombies sind, denn schaut euch das Teil mal an. Ein riesen Schild, ein riesen Hammer und oben auf dem Rücken auch noch irgendwie so ein Maschinengewehr oder irgendwie eine andere Waffe. Und ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu heftig, wenn man damit wirklich jede Runde zu tun hätte. Von daher, ich denke, das sind irgendwelche Boss-Zombies für alle 5, für alle 10, vielleicht für alle 15 Runden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im nächsten Tweet steht dann Rest in Peace, Hashtag Burgertown. Und dazu sieht man ein kleines Video von Burgertown. Ist wirklich nur ganz kurz, mehr eine Animation kann man vielleicht sagen. Und dort sieht man eben Burgertown, nachdem die Zombies angegriffen haben. Das heißt, alles ist zerstört und es gibt überall Funken von irgendwelchen kaputten Leitungen. Im nächsten Tweet steht dann Kein Ort ist sicher. Ich dachte, ich bin sicher im Atlas-Gebäude. Und dann ist das hier passiert. Wer macht das? Und dazu gibt es wieder ein kleines Video. Das seht ihr gerade im Hintergrund. Und wie man sehen kann, gibt es dort irgendwie eine Giftgasanlage, die gerade aktiviert wurde und dann irgendwie doch eine ganz schön große Reichweite hat. Ich bin wirklich gespannt, was das zu bedeuten hat. Es könnte sein, dass das irgendwie ein Tool ist von der Atlas Corporation, um dieses ganze Zombie-Experiment etwas schwerer zu machen. Denn wir wissen ja, dass das alles nur ein großes Experiment ist. Da hat man ja aus den Audioschnipseln erfahren auf der ersten Zombies-Map. Wer das alles nochmal hören will, ich verlinke mal ein Video von Violents 23 in der Videobeschreibung. Da hat das alles mal aufgearbeitet. Es könnte auf der anderen Seite natürlich auch sein, dass das eine Falle gegen Zombies ist. Also das könnte natürlich sein. Auf der anderen Seite, warum es heute sich der Typ dann beschweren, dass das aktiviert ist, wenn es irgendwie für ihn gar nicht schlimm ist und eigentlich nur was gegen die Zombies ist. Man sieht dann hier auf diesem Schild, wenn das Video gerade endet, auch noch Burgertown has fallen. Also Burgertown ist gefallen. Es könnte also auch sein, dass das vielleicht so die letzte Aktivierung ist von der Falle, nachdem man eben auf Burgertown gespielt hat. Dass das dann vielleicht Burgertown neu starten soll, in Anführungszeichen. Also dass alle Zombies gekillt werden sollen, damit man dann die Zombies rausbringen kann. Damit man Burgertown dann nochmal neu starten kann, um einen weiteren Test auf Burgertown durchzuführen. Aber wie gesagt, dazu gibt es noch keine weiteren Informationen. Ich bin gespannt, ob wir da noch irgendwas im Trailer erfahren, der rauskommt oder ob wir eben auch auf die ganzen Audioschnipsel warten müssen, die es dann wahrscheinlich auch bei dieser Map wieder gibt, die dann vielleicht die ganze Geschichte weitererzählen. Im zehnten und letzten Tweet steht dann, Verstecke mich jetzt hier. Ein paar von uns sind noch übrig, aber wir werden bei der Morgendämmerung tot sein, wenn keine Hilfe kommt. Jemand muss uns helfen. Hier sieht man jetzt nicht wirklich viel auf dem Bild. Das scheint irgendwie so eine Art Lager zu sein. Ich denk mal, das ist so das Lager, wo sich die ganzen Leute hinflüchten, nachdem die Zombies gekommen sind. Und ab dieser Stelle übernimmt man dann selbst die Steuerung der letzten Überlebenden. Das heißt, ich denk, hier startet man dann eben die ganze Zombiesache und ab hier muss man dann eben anfangen, die ganzen Runden zu überleben. Weiter ist es dann noch so, dass ein kleiner Audioschnipsel veröffentlicht worden ist. Den spiel ich euch auch ganz kurz mal ab. We can't wait to put our meat inside you. We can't wait to put our meat inside you. Was das genau sein soll, weiß ich nicht. Ich nehm mal ganz stark an, dass das irgendwie eine abgefahrene Werbung sein soll für Burger Town. Also, dass das die Werbung sein soll für das Restaurant Burger Town an sich, abgesehen von den Zombies. Also, dass das vielleicht so ein Ding ist, was in der Werbung läuft oder im Radio läuft und dass das jetzt eben einfach noch mitgetweetet worden ist, so als kleiner Gag. Und ansonsten waren das dann alle Informationen, die von der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty gepostet worden sind. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen ganzen Informationen sagt. Gefällt euch das, was man jetzt erfahren hat? Gefallen euch die ganzen Bilder? Also glaubt ihr, man kann auf der Map gut spielen? Oder sieht das alles eher nicht so gut aus für euch? Das würde mich interessieren. Ich persönlich muss sagen, für mich sieht das alles ziemlich gut aus und ich freue mich drauf. So von den Bildern her, glaube ich, könnte es mir sogar noch besser gefallen als die erste Zombie-Map, gerade weil diese Map hier etwas größer aussieht. Allerdings, die Bilder können natürlich auch täuschen. Ich bin gespannt auf weitere Informationen. Weitere Informationen werden wir wahrscheinlich erst am 29. März bekommen, denn dort wird der Trailer gezeigt nach den COD-Championships auf mlg.tv. Es wird wahrscheinlich irgendwann in der Nacht sein, allerdings werde ich dann natürlich auch ein Video dazu machen, den Trailer hochladen, den Trailer analysieren und so weiter. Das heißt, ihr verpasst hier auf meinem Kanal auf jeden Fall nichts und falls es doch davor schon irgendwelche weiteren Teaser gibt zum nächsten DLC und so weiter, dann werde ich euch darüber natürlich auch informieren. Und ja, ansonsten war es das dann mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und falls ihr weiterhin COD-Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.